Hey, ich bin Matthias, Lernende hier im Bundesamt für Informatik und Telekommunikation und ich zeige dir heute, was man als Entwickler digitales Business so macht. Kommst du mit? Als Entwickler digitales Business ist man zuständig für die Koordination des Entwicklerteams und Kommunikation mit den Kunden. Du sollst für den Beit Lehr machen, weil du deine Ausbildung selber gestalten kannst und auch nachher Anschlussmöglichkeiten hast. Als Entwickler digitales Business solltest du über eine herausragende Sozialkompetenz verfügen, ein gutes, vernetztes Denken haben, aber gleichzeitig auch kreativ sein. Wenn es mal stressig wird in der Berufsschule, unterstützt dich ZBIT auch und gibt dir z.B. auch während der Arbeitszeit Zeit zum Lernen. ZBIT unterstützt dich während der Lehre so viel wie es geht, z.B. mit 7 Wochen Ferien, mit einem guten Lohn und einem Halbtag. ZBIT ist super mit ÖV erreichbar, 50 Meter neben dem Eingang ist der Bahnhof Obertsolikhofen. Im Beit sind alle Leute mega sympathisch und es wird auch eine Tauchkultur gepflegt, also sind alle auf Augenhöhe. Mit vielen Mitlernenden bin ich auch privat gut befreundet. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick in den Berufentwickler digitales Business geben könnt. Wenn es dir gefallen wird, sehen wir uns ja vielleicht mal im Beit.